Wie berechnet man jetzt eine solche Stammfunktion? Der einfachste Fall ist sicher der, wenn f ein Monom ist, also f gleich x hoch n, wobei n 0, 1, 2 usw. reichen kann. Da beim Ableiten der Exponent des Monoms um 1 verringert wird, muss er beim Ableiten um 1 größer werden. Also F ist gleich x hoch n plus 1 plus eine beliebige Konstante c, wobei c Element der reellen Zahlen sein muss. Hier ergibt sich nun aber ein Problem. Wenn wir diese Funktion nun ableiten, erhalten wir in Klammer mal x hoch n. Das ist um den Faktor n plus 1 größer als f. Also müssen wir nun durch den Faktor n plus 1 teilen bzw. mit 1 durch n plus 1 mal rechnen. Zum Schluss addieren wir noch eine beliebige reelle Konstante c hinzu. Dadurch, dass wir für die Konstante c jede beliebige reelle Zahl zulassen, erhalten wir alle möglichen Stammfunktionen. Zur Probe genügt es, die Ableitung von F zu bestimmen. F' von x ist gleich 1 durch n plus 1 mal in Klammer x hoch n plus 1 Strich plus c' ist gleich 1 durch n plus 1 mal in Klammer n plus 1 mal x hoch n plus 1 minus 1 plus 0, da die Konstante wieder wegfällt, ist gleich x hoch n ist gleich f von x. Genau wie das Ableiten ist auch das Aufleiten linear. Das heißt, die Aufleitung einer Summe ist die Summe der Aufleitungen. Und eine multiplikative Konstante kann beim Aufleiten einfach herausgezogen werden. Folglich können wir die Stammfunktion eines Polynoms ganz einfach dadurch bestimmen, dass wir die einzelnen Monome aufleiten. f von x ist gleich a n mal x hoch n plus a n minus 1 mal x hoch n minus 1 plus und so weiter, bis wir a 1 mal x plus a 0 erreichen. Daraus ergibt sich aufgeleitet auf F von x gleich a n durch n plus 1 mal x hoch n plus 1 plus a n minus 1 durch n mal x hoch n plus und so weiter, bis wir a 1 halbe mal x Quadrat plus a 0 mal x plus die Konstante c erreichen. Eigentlich bekommen wir hier viele Konstanten, von jedem Monom eine, die wir hier aber alle zu einer Konstante c zusammengefasst haben. Die Formel, die wir beim Aufleiten eines Monoms erhalten haben, gilt übrigens nicht nur für den Fall, dass n eine natürliche Zahl ist. Ist s Element von r und f von 0 bis unendlich, wobei 0 unendlich ausgenommen sind nach r mit f von x hoch s, so ist die Stammfunktion f im gleichen Intervall gleich 1 durch s plus 1 mal x hoch s plus 1 plus die Konstante c. Für jede reelle Zahl c gibt es eine Stammfunktion von f. Aber Achtung, so wie es jetzt dasteht, ist es falsch. Falls s gleich minus 1, so würden wir im Buch 1 durch s plus 1 durch 0 teilen. Das darf natürlich nicht sein. Genau deshalb müssen wir den Fall s gleich minus 1 ausschließen. Aus dem gleichen Grund haben wir die Funktion f nur auf den positiven Zahlen definiert. Denn x hoch minus s ist gleich 1 durch x hoch s, was für x gleich 0 ein Problem darstellt. Und für x hoch 1 durch s gleich die erste Wurzel aus x, was für x kleiner 0 ebenfalls Probleme bereitet. Aha, und was mache ich, wenn nun doch s gleich minus 1 gilt und ich x hoch minus 1 aufleiten möchte? Na ja, dann erinnern wir uns am besten an Modul 5. Dort haben wir gesehen, dass die Ableitung vom Logarithmus 1 durch x ist. Also ist lnx eine Stammfunktion von 1 durch x. Auch hier können wir eine beliebige reelle Zahl c hinzuaddieren und erhalten wieder eine Stammfunktion. Im Modul 5 haben wir außerdem gelernt, dass die Ableitung vom Sinus der Cosinus ist und vom Cosinus der minus Sinus. Folglich sind die Stammfunktionen vom Cosinus Sinus x plus c, wobei c wieder Element der reellen Zahlen sein muss. Und die Stammfunktion von Sinus ist minus Cosinus x plus c. Genauso wissen wir, dass die Stammfunktion der Exponentialfunktion durch exp von x plus c gegeben ist. Gut, gut. Aber wozu brauche ich das alles? Na ja, wenn ich schon mal in Fahrt bin. Eigentlich ging es ja um den Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung, kurz hdi. Sind a und b reelle Zahlen mit a kleiner b und ist f im Intervall a, b nach r eine stetige Funktion, das heißt eine Funktion ohne Sprünge und dergleichen. So gilt Integral von a nach b von f mal dx ist gleich F von b minus F von a. Wobei F eine beliebige Stammfunktion von f ist. Es ist hier egal, welche Stammfunktion wir nehmen, da sie sich alle nur durch eine Konstante unterscheiden. Und wenn wir zu F von b eine Konstante hinzuaddieren, wird sie bei minus F von a gleich wieder abgezogen. Hierzu ein Beispiel. Wir betrachten die Funktion f von r nach r, wobei f von x gleich exp von x plus x² minus 3 ist. Was ist nun zum Beispiel Integral von 0 bis 2 von f mal dx? Zunächst brauchen wir eine Stammfunktion von f. Eine Stammfunktion von exp ist exp und von x² ist es 1 Drittel mal x der Dritten. Und von 3? Ja, von 3 ist es 3x. Folglich ist F von x gleich exp von x plus 1 Drittel x der Dritten minus 3x eine Stammfunktion von f. Mit dem hdi folgt nun Integral von 0 bis 2 von f mal dx ist gleich F von 2 minus F von 0. Das heißt die Stammfunktion bei 2 minus der Stammfunktion bei 0. Ist gleich in eckiger Klammer exp von 2 plus 1 Drittel 2 hoch 3 minus 3 mal 2 minus in eckiger Klammer exp von 0 plus 1 Drittel mal 0 der Dritten minus 3 mal 0. Man erkennt, wir setzen hier 2 und 0 ein. Ergibt in eckiger Klammer e² plus 8 Drittel minus 6 minus e hoch 0 was wiederum 1 ergibt plus 0 minus 0. Wenn wir nun den Rest ebenfalls noch zusammenfassen, erhalten wir als Ergebnis 3,0557. Aha. Und was mache ich, wenn sich dieser Stamm nicht so einfach ablesen lässt wie in deinem Beispiel? Na ja, dann hilft dir eventuell die partielle Integration weiter. Das ist im Grunde genommen die Produktregel fürs Ableiten zur Umkehrfunktion. Was war aber nochmal die Produktregel? Sind u und v zwei differenzierbare Funktionen, so gilt in Klammer u mal v abgeleitet gleich u' mal v plus u mal v' Folglich ist Integral von a nach b von u mal v' mal dx gleich Integral von a nach b von u' mal v plus u mal v' mal dx. Dies können wir wieder auftrennen und erhalten Integral von a nach b von u' mal v' mal dx plus Integral von a nach b von u mal v' mal dx. Wenn wir nun das Integral auf der linken Seite mit dem hdi ausrechnen wollen, für f gleich u mal v' und f gleich u mal v, brauchen wir eine Stammfunktion von u mal v', also eine Funktion deren Ableitung u mal v' übereinstimmt. Offensichtlich ist diese Forderung durch die Funktion u mal v erfüllt. Wir müssen also die Funktion u mal v an den Intervallgrenzen b und a auswerten und voneinander abziehen. Das heißt u mal v von b minus u mal v von a. Man schreibt dies manchmal auch in Kurzschreibweise, also in eckiger Klammer u mal v von a nach b oder u mal v von a nach b. Wir erhalten also in eckiger Klammer u mal v von a nach b gleich Integral von a nach b von u' mal v mal dx plus Integral von a nach b von u mal v' mal dx. Und das ergibt Integral von a nach b von u' mal v mal dx ist gleich in eckiger Klammer u mal v von a nach b minus Integral von a nach b von u mal v' mal dx. Beziehungsweise wenn wir es ausführlich schreiben Integral von a nach b von u' mal v' mal dx ist gleich in eckiger Klammer u mal vb minus u a mal v a Klammer zu minus Integral von a nach b von u mal v' mal dx. Bei der partiellen Integration wird also die Ableitung von u zum v rübergeworfen. Dabei muss man das Vorzeichen umdrehen und es entstehen ein paar Fehlerterme in den eckigen Klammern. Es ist aber trotzdem eine tolle Sache. Damit kann man das Integral von 0 nach π von x mal sin x mal dx recht einfach lösen. Dazu müssen wir uns zunächst überlegen welche Funktion u und welche Funktion v ist. Hier bietet es sich an v von x gleich x zu wählen. Dann ist nämlich v' von x gleich 1, was die Sache sehr einfach macht. Wenn v von x x ist, dann ist u' von x gleich sin x. Folglich ist u von x gleich minus cos x, siehe Modul 5. Wir hätten natürlich auch ein u von x gleich minus cos x plus c für ein c Element der reellen Zahlen nennen können. Aber das macht die Sache nur komplizierter und kein bisschen besser. Wir legen also für die Formel von vorhin fest, dass v von x gleich x ist und u' von x gleich sin x ist gleich in eckiger Klammer minus cos x mal x von 0 nach π. Indem wir, wie schon bekannt, u mal v von a nach b anwenden. Minus integral von 0 nach π von minus cos x mal 1 mal dx. Denn u von x ist minus cos x und v' von x ist 1. Ist unter der Verwendung der Grenzen 0 und π eingesetzt eckige Klammer minus cos π mal π minus in Klammer minus cos 0 mal 0 plus integral von 0 nach π cos x dx. Da cos π minus 1 ist, erhalten wir durch zusammenfassen π plus integral von cos x dx. Damit haben wir hier aber noch immer ein Integral stehen, das aber viel einfacher zu lösen ist. Wir brauchen jetzt nur noch eine Stammfunktion von cos, etwa sin und erhalten mit dem hdi π plus in eckiger Klammer sin π minus sin 0 ist gleich π. Denn sin von 0 ist 0 und sin von π ist ebenfalls 0. Das heißt in unserem Fall Integral von 0 nach π von x mal sin x mal dx ist gleich π. Ein anderes Beispiel ist das folgende. Integral von a nach b von sin x cos x dx. Wobei a und b beliebige reelle Zahlen mit a kleiner b sind. Auch hier hilft uns eine partielle Integration weiter, auch wenn wir einen kleinen Trick anwenden müssen. Wir wählen u' von x ist gleich sin x wird integriert zu u von x ist gleich minus cos x und v von x ist gleich cos x wird differenziert zu v' x gleich minus sin x. Also Integral von a nach b von sin x mal cos x mal dx, also u' mal v ist gleich in Klammer minus cos x mal cos x in der Form von u mal v von a nach b minus Integral von a nach b von minus cos x mal minus sin x mal dx, also in der Form u mal v'. Nun, irgendwie ist das gleiche Integral wie aus dem Nichts wieder aufgetaucht oder besser gesagt wie der Phönix aus der Asche wieder auferstanden. Also alles umsonst? Nein, denn es gibt einen wichtigen Unterschied, das Vorzeichen. Auf der rechten Seite steht das Integral mit einem Minus. Wenn wir nun das gleiche Integral addieren, erhalten wir also 2 mal Integral von a nach b sin x cos x dx ist gleich cos² von a minus cos² von b. Beziehungsweise Integral von a nach b von sin x mal cos x ist gleich cos² von a minus cos² von b durch 2. Fertig! Diesen Trick nennt man auch Phönix aus der Asche, weil das Integral, obwohl es eigentlich schon weg ist, noch einmal neu auftaucht. Woher weiß ich, welche der Funktionen im Integral das u und welche das v ist? Tja, das ist eine gute Frage. Eigentlich weiß man es nämlich nicht. Manchmal sieht man es mit etwas Erfahrung wie im ersten Beispiel. Manchmal aber auch nicht, dann muss man ein bisschen ausprobieren. Manchmal funktionieren auch beide Varianten. Etwa im zweiten Beispiel Integral von a nach b sin x cos x dx. Dann ist u' gleich cos x, was integriert u gleich sin x ergibt und v gleich sin x, was differenziert v' gleich cos x ergibt. Und folglich erhalten wir Integral von a nach b sin x cos x dx in der Form von v mal u' ist gleich in Klammer sin x mal sin x in der Form von u mal v von a nach b minus Integral von a nach b von sin x cos x dx in der Form von u mal v'. Jetzt datieren wir wieder das Integral unterhalten zweimal Integral von a nach b sin x cos x dx ist gleich sin² von b minus sin² von a bzw. Integral von a nach b sin x cos x dx ist gleich sin² b minus sin² a durch 2. Moment, Moment, jetzt kommt doch was anderes raus. So sieht es aus, aber betrachten wir doch mal die Differenz der beiden Ergebnisse. Also waren die Ergebnisse gar nicht unterschiedlich. Sie waren bloß unterschiedlich geschrieben. Sehr gut. Diese partielle Integration löst mir wirklich alle Integrale. Nein, bei weitem nicht. Leider. Manchmal hilft es mehrmals in der Nahnsatz partiell zu integrieren. Aber es gibt noch viele andere Regeln zum integrieren. Und wenn man gar nicht mehr weiter weiß, kann man ja immer noch MATLAB fragen. Man kann in MATLAB Integrale nämlich auch direkt lösen. Und nicht nur näherungsweise wie mit der Funktion traps. Dazu muss man die zu integrierende Funktion aber wieder explizit kennen. Auch hierzu ein kleines Beispiel. Wir wollen wieder das Integral, Integral von 0 nach b x mal sin x mal dx berechnen. Als erstes geben wir in das Kommandofenster den Befehl sims x ein und drücken Enter. Damit sagen wir MATLAB, dass x die Variable ist und die es im Folgenden geht. Anschließend definieren wir die zu integrierende Funktion f gleich x mal sin x und drücken wieder Enter. Nun tippen wir int f, 0 und π ein. Das heißt, wir wollen das Integral von f über das Intervall von 0 bis π bestimmen. Wir drücken Enter und voila, ans gleich π. Das gleiche, was wir schon bei Hand ausgerechnet haben. Und das lernt ihr alles auf der Uni. Hui. Nun ja, nein, das sollten wir eigentlich schon drauf haben, wenn wir auf die Uni kommen. Denn dort brauchen wir das dann. Und wir wollen die oben das ist, ihr weit ausgelassen. Vielen Dank.